Servus, Willkommen in unserer schönen Winterzeit. Kaufenst du die Drage auf? Merkt ihr, die Wand ist kaputt. Sollten wir mal kurz reparieren. Wir haben eigentlich genug Steine. Das heißt jeder schon immer das kaputte Teilstück. Einfach mal Steinen auf. Das ist der Winzer. Okay. Krass. Und deshalb bin ich das einsam. Das ist echt... ...gross. Ähm... Machen wir mal... ...drei... ...drei besten glaub ich schon. So. Langsam pur. Heidegescheiße. Der Lieder. So. Ähm... ...jo. Stein. Wie viel brauchen wir? 29, glaub ich, oder? Ich denke, das wird das Haus nach und nach auf Stein umbauen. Aber ich mache das auch Stückweise. So. So. Dann müsst ihr irgendwas reißen. Ich nehme mal 20 mit. Besser, wir werden dann gehen. Dann werden gleich ein bisschen das Stöckel anlesen. Ja. Dann geht's gut. Dann geht's gut. ... So, die sind ganz ganz sehr sind Er hat gerade sie immer noch neuse getroffen. Okay, es sollte noch mehr material werden. Okay, es sollte noch mal wiederholen. So, gut. Bauer hat die Bude zerlegt. Das habe ich noch nicht gesehen, dass ein Holzhaus so bei den Mittleren gesogen wurde, wenn ich mit dem Dachlaube gehöre mal da mehr mit, sodass wir noch mehr kaputte Sachen entdecken. Warum muss das Gas hängen dann wieder so schwer? Was ist das? 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 Okay. Die gehen nicht unter der Nachbarn zu und verkaufen die. Weil wir müssen ja auch wieder steuer entscheiden, eben früher. Und ich glaube, das ist das eine gute Option. Sind die Bäume nicht immer so groß? Was ist das? Was ist das? Oh, äh, na, die Klammer vergessen. So, äh, die Klammer vergessen, äh, die Klammer vergessen. So, äh, die Klammer vergessen, äh, die Klammer vergessen. So, äh, die Klammer vergessen. So, die Klammer vergessen. So, äh, die Klammer vergessen. So, äh, die Klammer vergessen. So, äh, die Klammer vergessen. Hmm. So, äh, die Klammer vergessen. 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 So, äh, die Klammer vergessen, äh, die Klammer vergessen. So Ach Das ist eine Sprüge So, ähm. So, ähm. Da, man, die, die. Äh, nie. Was? Wir haben doch Bills und da ist ja eigentlich kaum was wert. Dann ging das so, bald gibt es ja zum Beispiel, falls einer noch was Bills kennt. Eben ist gutes Bills. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Okay. Das ist ein bisschen wenig, aber man kann es ja ausweiten. Während der Rasenmüll schneidet, macht man einen kleinen Überblender. So, der Rasen ist fertig. Wir könnten auch schon anfangen, der Leder zu sechschen verarbeiten. Das machen wir jetzt kurz. Also, ich würde sagen, das wird jetzt ein kurzeres Video. Wir müssen noch ein bisschen vorbereiten. Dann das wenigstens mal wieder Häuser bauen. Und dann eben nur ein bisschen Geld, also ein paar Sachen verkaufen. Lassen wir uns vielleicht mal in Eisenhammer rein schalten. Oder noch was anderes. Handschuhe oder so, dass wir dann da vorankommen. Und ich werde es dunkel noch machen, um die Leder wieder zu sechschen zu arbeiten. In diesem Sinne, wenn wir mit dem Jungs jetzt verabschieden. Und ich wünsche euch noch einen Sonntag. Bleibt gesund, dass ihr passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao.